Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Wir waren im Urlaufflex. Wie fandest du es, Mann? Es war richtig krass, wir beide im Urlaub kämen und 36 Grad. Jetzt kommen wir hier zurück nach Deutschland und jetzt auch 36 Grad, Leute. Geht ihr noch in Urlaub oder wart ihr schon im Urlaub? Dann schreibt mir jetzt Urlaub in die Kommentare. Leute, wir haben was richtig krasses für euch vorbereitet und deshalb fahren wir auch jetzt direkt ins Hausplatz hier und nehmen für euch eine richtig krasse Episode auf. Lasst mal einen festen Like da und seid gespannt, Leute. Gebt einen Daumen nach oben. Auf geht's ins Hausquartier! Wir sind endlich wieder zurück und ich seh, Flexi, hast du irgendwas bestellt, als wir im Urlaub waren? Nein, natürlich nicht. Ich würde doch nichts bestellen, wenn wir im Urlaub waren. Lucky, Mann, was geht? Lucky, endlich mal wieder am Start. Unglaublich, okay, dann lass mal das mit rein, ihr Mann. Ist das vielleicht die Überraschung, die wir euch vorhaben, Leute? Wir wissen es nicht mal. Bleibt auf jeden Fall dran, wir öffnen diesen ganzen Karton hier. Was ist denn? Alter, Flexi, mal guck dir das an. Oh mein Gott! Hier ist jemand eingeprochen, Flexi. Was ist denn hier passiert, Mann? Wir wissen mal an, Alter. Was ist hier los? Wieso liegt der Fenster da und alles hier los? Dann waren wir einmal zwei Wochen weg und dann bricht hier mit uns im Hauptquartier ein, Mann. Wieso hast du denn nicht alles geschützt? Das kommt mal da vorne, Alter. Was ist das denn? Die Tür ist offen. Bolzenschneider, oder was? Hat sich mal die Tür hier aufgebrochen? Ich hab keine Ahnung, ey. Alter, guckt euch das an, Mann. Unser BFF-Reflex. Mann, das war so schön. Auf den Boden, Mann. Wir müssen hier das wieder aufräumen. Wir sollen denn hier alles aufräumen? Das dauert ewig!